Die Bewegungen sind wie bei Dressio 1, nur dass hier P mit einem Aufschlag beginnt. Ob Dressio 1 oder Dressio 2 eingesetzt wird, hängt vom vorhergehenden Anschlag ab. Ist die Hand oberhalb der Seiten, wird Dressio 1 gespielt. Ist die Handposition unterhalb der Seiten, wird Dressio 2 gespielt. Dressio 3 ist ein Rasgeo, das sehr zart und filigran klingt. Um hohe Lautstärke zu erzielen, ist es nicht geeignet. P schlägt auf mit einer Drehung im Unterarm. Es folgt ein Abschlag mit Menjicke mit dem kleinen Finger. Bei Dressio 4 wird anstelle von Menjicke, dem kleinen Finger, mit dem Ringfinger abgeschlagen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.